Willkommen YouTube Was haben wir hier eigentlich? Sperrte Teilung Reisestein Wir haben einen Reisestein, juhu und Totenschädel Fußeisen, okay Erlöserabzeichnungen, okay Keinessein, dass wir hier mehrere haben Okay Jemals haben wir einen Reisestein Anzuchen, ja Äh, verdammt Jetzt ist, Moment Juhu Es hat sich hier OBS drüber gelegt Ah, Seratu Schön, dass du wieder da bist Jedenfalls bis jetzt sind die Fehler noch nicht wieder aufgetaucht Ich hoffe, ich habe es jetzt beseitigt Da haben wir hier irgendwo noch einen Zielstein Nö Zielkristall Hm, gut Er zieht sich wieder da drüber Oh, das ist doch So Jetzt, okay, gut Äh, wir brauchen Jemals müssen wir Zurück ins Inn Äh, Quatsch, vorbeigelaufen Da Oh, da Nope Äh, den Ja So, was haben wir denn da? Seelenhai Äh, ne Liftstein, Liftstein, Liftstein Ewiger Reisestein Da ist der Ich glaube, angeblich soll man den immer nehmen Magische Gemäle mit ihr kraft kann man Stummheit verhoben Oh, ho Lüftstein, Lüftstein Irgendwas mit Zielkristall Nö Halt, da war mal Was haben wir hier? Okay Ah, es hat mich doch tatsächlich der Erkältung erwischt Ui, jo Was, hübscher Stein? Na Was ist das? Lockender Weihrauch Nö Kann man nicht gebrauchen Oder Schriftteil der Latze aus Stein Okay Gut Werktisch Ah Sucher, Medaillon, Spachtel Was Hm Okay So Ring des Schwertmeisters Durchmeister, Stabmeister Oh, Ring der Reinigung Erst Erst einen Tee Ansonsten einen schönen Krog Dann ist die Erkältung schnell weg Ah Tee habe ich heute schon Aber ich glaube, ich werde dann morgen zum Krog greifen Äh, ja Bis zum Morgen bleiben Ja Ja Euer Versalat, der in einem anderen weggenommen ist zurück Hey Spielernahme privat Na gut Ja Ist aber frech Wissen Gegner Wissen auftragsrelevantes Wissen Ein unbekannter Auftrag Mal eins Umgebungskenntnis Oh ja Durchschnittlich Ich weiß, Kuhchen Du warst ja auch nicht zu schlecht Ich habe vom Bestien erfahren Naja Mehr will ich ja auch nicht wissen So Äh, und was hatte ich für Auftritt Quests noch Tötet jetzt eine Rivalen im Westen Oder ein Desserteur Das, wo man in der Nacht laufen muss Gut Äh, Karte Da Ah, das war nur die Gut Ich bin ja noch gar nicht aus der Stadt raus Logisch Ja Ja, ich weiß Ich bin ja noch gar nicht aus der Stadt Ich bin ja noch gar nicht aus der Stadt Na ich kann ja noch gar nicht aus der Stadt Das Lager Tropfsteinhöhle in der Passage Kassades, na, da riech nicht hin, die schattenfeste Rastlager. Die Wegebrücke in den Bergen. Na, dann gehen wir doch erstmal dahin. Äh, ja... Nein! Ich hab den Reisestein vergessen. Ah, hallo Eevee, schön, dass du wieder dabei bist. Den ewigen Reisestein. Ja, den hab ich. Hm, na, stimmt, da brauch ich da gar nicht zurück. Jetzt kann ich mich auf den Weg machen. Ja, ich weiß. Eevee. So. Ewige Reisestein plus Zielkristalle. Zielkristalle hab ich noch nicht. Da müsste ich erst diese, äh, Greif, äh, Dingens da machen. Diese Greifquests. Aber ich will erst mal ein paar Sidequests machen. Aber zumindest komm ich jetzt immer wieder nach, äh, Grenzoren zurück. Du hast zwei. Hm, der eine war im Keller da mit den Tentakeln. Ah, jetzt hab ich den vielleicht irgendwie ausgerustet. Der eine war im Keller da mit den anderen Recken in der Höhle. Also hier ist er nicht. Andere Recken in der Höhle. Ich glaub das war eher ein Reisestein. Das, was du meinst. Weil mit dem bin ich ja dann wieder zurückgekommen. Das ist unter Items. Ja. Und ich schätze nur, du hast den ins Lager gepackt. Äh, den ewigen Reis... Glaub mir, ich meine Zielkristalle. Den hatte ich doch jetzt irgendwie zurückgeholt, den Reisestein. Ewiger Reisestein, ja. Na, gehen wir nochmal zurück. Wir haben ja Zeit. Na komm. Ich hoffe, du hast halt die beiden nicht einfach liegen lassen. Ich hab da eigentlich immer Dings mit, äh, alles rausgeholt. Sonst musst du nochmal in den Tentakelkeller. Ja, komm. Äh, Materialien. So, Reißzahn, Wolfsburg, Bam, 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 Bam. Riftball, so. Gehen wir noch mal alles schön durch. So, Silber jetzt, Hanfball. Ja, jetzt haben wir noch Zetternzweck. So, unter Materialien haben wir nicht Essentielles. Gut, das auch nicht. Was haben wir hier? Oder Sonstiges. Ja, jetzt Schüttel, Suche, Metallion. Gut, das sind halt zwei Ringe. Da sind es auf jeden Fall nicht. Werkzeuge, Liftstein, okay. Ah, Giftgleiche, Todspitze, Geräusche, Amulette, das ist okay. Taktikengeister 2. Hm. Ja, schon gut. So. Äh. Äh, was ist auch Page-Up? So. Werkzeuge, Spitzhacke, Reißestein. Ohrring der Treue, Ohrring der Würde. Gut. Trinity, was hat sie? Silberring, Reißen des Stabmeisters. Oder noch schlimmer, Verkauft. Nice. Verkaufen tue ich sowas eigentlich nie. Tue ich eigentlich nie was. Nur wenn überhaupt nichts mehr, kein Platz mehr da ist. Äh. Ja, ist gut. So, das war gut, das war Trinity. Was haben, was hat denn Eevee? Ohrring der Festgekrieg des Schildmeisters. Okay. Sonstiges. Was war? Äh, einen eilen Eimer. Materialien. Nischt. Werkzeuge auch nischt. Heilung, nischt. Dann nochmal runter zu den Tentakeln. Was machen wir in der nächste Runde? Bis dann, YouTube. Ah, halt.